Hallo zusammen, ich plage mich seit längerem mit einer Hauswand, die mit dem extrem hässlichen Rauhputz, dem richtig Rauhen, bezogen ist. Ich habe hier lange mit mir gerungen, ob ich ihn wirklich komplett alles runterschlagen will und habe mich dann mal für eine neue Variante entschieden. Die braucht sicher viel Material, aber spart mir zumindest die Mühe, den Putz mühevoll abzuschlagen und ihn dann zu entsorgen. Plus den ganzen Dreck und Stab natürlich, den die ganze Aktion nach sich zieht, beziehungsweise Arbeitsstunden, die man ja bezahlen muss. Ich bin folgendermaßen vorgegangen, zuallererst schnappt ihr euch den Gitterrapport, zieht einmal großflächig über die Wand rüber, schlagt alle großen Steinchen heraus, alle pinken und glättet es dann etwas mit dem Gitterrapport. Dann schnappt ihr euch den Dampfstrahler, reinigt das Ganze unter Dampfdruck und zu guter Letzt schnappt ihr euch den Haftgrund und schmiert das alles mal ordentlich ein. So, jetzt zum Unterputz, den ich aufgebracht habe. Hier habe ich mich ein bisschen gespielt, weil ich Bedenken hatte, ob das dann auch wirklich so hält. Also ich habe mir mal einen Hasid 650 genommen, einen Karak Zementputz und habe den mit einer Klebespachtel vermischt. Das Mischverhältnis war dabei drei Viertel Putz, ein Viertel Klebespachtel und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also man trägt das Ganze dann auf, auf die Kelle, drückt das fest in die Poren hinein, anschließend Gewebe drauf und schon ist man soweit fertig. Dann muss nur noch der Oberputz drauf und schon hat man wieder eine schöne Garage mit einer schönen glatten Außenwand, die ordentlich was hermacht. Falls ihr auch die Thematik mit dem groben Raubputz an der Außenwand habt, lasst mich doch bitte wissen, wie ihr das Problem gelöst habt, beziehungsweise was euch Fachleute geraten haben, wie ihr damit umgehen sollt. Würde mich sehr freuen.